Könnten Sie bei der nächsten Raststätte halten? Ich muss auf die Toilette. Sie hat mich wahrscheinlich vergessen. Maria, ruf doch mal die Polizei. Wir versuchen schon wieder, welche entdepperten Oper zu entsorgen. Also, Herr Wachtmeister, wie gesagt, auf keinen Fall wollte ich ihn aussetzen. Der Mann ist ja kein Hund. Hunde dürfen Sie auch nicht aussetzen. Ja, ich weiß. Aber die können wenigstens nicht petzen. Da hätte man eine reelle Chance. Sie brauchen ein seniorengerechtes Auto. Auf keinen Fall brauche ich ein seniorengerechtes Auto. Eher mache ich daraus ein Klappfahrrad. Halt! Nicht so schnell! Wartet! 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 Wartet!